Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Nachdem mein PC Schrott war, ist jetzt wieder ein neuer da. Das heißt, es gibt wieder Content und was für welcher. Und da möchte ich euch heute natürlich ein riesiges Projekt ein bisschen vorstellen. Das ist ein Charity-Projekt und das größte seiner Art. Und ihr werdet viele, viele bekannte Gesichter sehen, die dort teilnehmen und das Ganze für einen sehr guten Zweck. Der, ich sag mal so, in den Medien und überall anders nicht wirklich viel Beachtung schenkt. Und deswegen machen wir das heute. Wir zeigen da quasi mit dem Finger drauf und das Ganze heißt Play for Peace. Und da habe ich mir den Organisator, den lieben Hobitzen Fritz, eingeladen. Hallelichen. Hallo. Und da werden wir mal ein bisschen drüber reden. Was ist es? Was könnt ihr machen? Was habt ihr davon? Was wird euch geboten? Und wann findet das Ganze statt? Fangen wir an. Wann findet das Ganze statt? Das Event startet für alle am 27.12. deutscher Zeit um 12 Uhr. International 11 Uhr UTC. Und endet am 31. solange wie ihr Lust habt. Genau. Also quasi vom 27. bis Ende des Jahres. Und da wird euch natürlich alles geboten. Gerade in Sachen War Thunder sehr viel. Aber auch World of Tanks. Man muss dazu sagen, ihr habt den Trailer vielleicht schon gesehen. Den habe ich ja auch schon gepostet auf YouTube. Und ihr seht den auch im Hintergrund. Es wird wirklich viel, viel geboten. Ihr seht die ganzen Namen, die da aufploppen. Ihr seht die ganzen Streamer, die da aufploppen. Was zum Teufel machen wir hier? Und warum machen wir das? Ich habe ein paar Leute aus der Community, aus dem War Thunder Discord gefragt, ob sie Lust hatten, mich bei einem Projekt, das ich letztes Jahr im deutschsprachigen Raum durchgeführt habe, international zu unterstützen. Und zu meiner Verwundung haben sehr, sehr viele Lust drauf gehabt, weil das Thema Volksbund beziehungsweise Kriegsgeber ja, wie du schon gesagt hattest, in den Medien nicht viel Anspruch oder Anklang findet. Es sei denn, es ist Volkstrauertag. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und mal erörtert, wie man das Ganze international aufziehen kann. Und tatsächlich haben wir herausgefunden, über den Verband selbst, mit dem wir auch im engen Kontakt stehen, dass dieser Verband international tätig ist, mit sämtlichen Kriegsgeberfürsorgeorganisationen der anderen Nationen zusammenarbeiten, in enger Zusammenarbeit und sich in ganz Zentraleuropa um deutsche Kriegsgeberfürsorgestätten, äh, deutsche Kriegsgeber kümmert, aus den beiden großen Kriegen natürlich und auch aus den kleineren Kriegen der Geschichte. Und nicht nur das, sondern sie arbeiten, wie gesagt, schon mit anderen Nationen auch zusammen und leisten dort ganz, ganz wichtige Arbeit in der Erinnerungskultur. Genau, das ist ein Thema, was viele, viele nicht, überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ne? Klar, es gibt ganz, ganz viele Sachen für Tierheime oder für Hospize oder für irgendetwas anderes Wichtiges. Aber das hier hat keiner auf dem Schirm. Das machst du jetzt seit, ähm, einem Jahr. Allerdings muss man dazu sagen, die Bundeswehr macht das natürlich schon seit Jahrzehnten. Und wer schon mal in der Bundeswehr war, muss natürlich auch mal sammeln gehen. Ja. Und, also alle, die schon mal gedient haben, wissen, wovon wir reden. Ähm, wir wollen das jetzt aber auch mal ein bisschen, äh, in die weite Welt tragen. Also nicht nur wir, sondern halt auch ganz, ganz viele andere tolle Streamer und YouTuber. Und das halt am Ende diesen Jahres. Ähm, was wird mit dem Geld gemacht? Das Geld geht direkt in die Kriegsgeberfürsorge. Ähm, sowohl in die Unterrichtung von Schulklassen. Also, ähm, dass dann Leute quasi Schulklassen, internationale Schulklassen aller Nationen, äh, zu diversen, äh, Seminaren eingeladen werden, um sich dort quasi mit dem Thema Krieg zu beschäftigen, ähm, oder die Weltkriege allgemein, ähm, Geschichte. Ähm, es werden neue Grabstätten damit errichtet. Ähm, es wird, äh, zum Beispiel die Suche nach, ähm, Kriegsgräbern oder nach Feldkriegsgräbern, ähm, unterstützt. Ähm, das bedeutet, ähm, die Menschen gehen hin, graben quasi diese, ähm, provisorischen Kriegsgräber, ähm, ne, Menschen aus. Das vergeben die dann an die zugehörigen Nationen mit dem Hab und Gut, was sie bei sich haben, ähm, und, ähm, das wird davon bezahlt. Des Weiteren, ähm, ja, natürlich die Pflege der Gräber an sich selbst. Was echt ein Schweine viel Geld kostet und da ist wirklich wenig da. Also, nicht nur bei den Deutschen, die machen mit noch am meisten, aber auch bei den Franzosen, den Briten, den Russen, den Polen, den Tschechen. Alle in Europa, ähm, haben ihre, ihre Verluste zu beklagen, ihre Geschichte. Und, äh, das ist wichtig, dass da auch ein bisschen Unterstützung kommt. Wenn euch das Thema also irgendwie auch nur ansatzweise berührt, schaut mal vorbei. Lasst ein Euro da, muss nicht viel sein, aber schaut wenigstens rein, ne, das ist wichtig. Und, äh, das Ganze wird größtenteils in Warsana stattfinden, weil ich finde, das ist eine gute Basis. Und, äh, Gaijin wird uns natürlich dementsprechend auch sehr unterstützen. Und da können wir auch mal ganz kurz gucken. Wir haben also, ähm, nicht nur bei uns, sondern halt auch bei anderen Streamern, wie zum Beispiel, dem, äh, Jaguara. Ich späule hier mal kurz durch. Dem Gip, den Bananas, den Oddboss. Ähm, nicht nur deutsche Sprache, sondern auch viele, viele internationale, ne? Und das ist das größte, ähm, ja, Projekt dieser Art, was Gaijin und Warsana je gesehen hat. Genau, das größte Event, das es jemals gab, sei es von Gaijin-Seiten aus, auch von Gaijin so bestätigt, sei es von Gaijin-Seiten aus oder von, äh, also von Spielerbasis aus. Genau, also wir sehen hier auch schon viele bekannte Gesichter, auch aus World of Tanks und natürlich aus Warsana. Äh, wir haben auch den, den Mailand dabei, wir haben den Lenny dabei, äh, wir haben, äh, den, äh, den, äh, den, wen haben wir noch? Wen kenne ich denn hier persönlich? Äh, den Zetsubo kenne ich, den Maus kenne ich, Chess kenne ich, Freddy, Private Pinguin, Steiner, Reige, Raibun, alles total nette Menschen. Und dementsprechend, große, große Unterstützung dieses Mal. Ist auch, äh, das erste Mal, dass ich das auch überhaupt sehe in Warsana an sich, dass so viele Leute sich vereinen für ein großes Projekt. Deswegen erstmal, äh, herzlichen Glückwunsch, dass du das hingekriegt hast. Ja, danke. Wir haben aber auch, äh, Sponsoren für das Ganze. Ja. Und, äh, lustiglicherweise, ja. Genau, da gibt es halt, äh, unter anderem natürlich Gaijin, klar, das ist ja die Firma, die das Ganze mit, äh, hostet, weil es wird natürlich auch, äh, Geschenke geben und so weiter. Gaijin hat da wirklich was springen lassen. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Also, Gaijin hat sich nicht lumpen lassen und unterstützt uns mit, äh, einer, einem fünfstelligen Betrag, äh, im Sinne von, äh, Giveaways und Drops, Twitch-Drops. Genau. Also, sehr, sehr großzügig. Also, ne, ihr werdet natürlich viele, viele Streamer sehen, äh, die zu dem Zeitpunkt, also ab dem 27. ab 13 Uhr bei uns, ähm, loslegen. Und sie haben alle einen Tag im Namen. Genau. P4P. P4P, genau. Solltet ihr einen Streamer mit P4P sehen, ob du ein World of Tanks, irgendwas anderes oder wie auch immer, ähm, dort gibt es sehr wahrscheinlich, dann auch irgendwas zu gewinnen. Sollten diese Streamer dann auch natürlich, ähm, War Thunder streamen, gibt es auch Drops. Richtig. Genau. Kannst du schon was zu den Drops sagen oder darfst du es noch nicht? Natürlich, natürlich. Also, die Sachen, die bestätigt sind, ähm, und von denen ich selber auch weiß, weil es gibt auch ein paar Überraschungen, die auch ich nicht weiß, ähm, es wird einen Panzer II, äh, Charlie geben, mit dem Twitch Drop Skin, ähm, als, äh, Twitch Drop Fahrzeug, tatsächlich. Ähm, es wird das Deke geben, unser Logo, ähm, und es werden jede Menge Dekorationen noch da mit bei sein und, äh, den Rest müssen wir uns überraschen lassen. Genau. Ansonsten wäre noch, äh, Republic of Gamers von Asus, ähm, zu nennen. Mhm. Und dann haben wir noch Nvidia, die auch noch eine größere Summe gespendet haben und, äh, im deutschen Bereich haben wir sogar Café Viereck, die machen auch was ganz Besonderes. Genau, die stellen nämlich Merch für Einsatzkräfte in Deutschland her, ähm, sind dabei sehr bekannt, gerade bei Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr. Und es ist eine ehemalige Soldatin, die gesagt hat, pass auf, jeder verkaufte Artikel sind 5 Euro automatisch drin, für den guten Zweck und die werden am Ende des Events am 31. gespendet. Genau, also wenn ihr bei Café Viereck einkauft in dieser Zeit, landen 5 Euro von jedem Projekt, äh, Produkt, was ihr da kauft, automatisch bei uns, äh, hier im Pool. Von den Artikeln, die für dieses Event quasi erscheinen, dafür gibt's auch einen Link, by the way. Genau, äh, findet ihr übrigens alles auf der Website, die ist unten verlinkt. Und, äh, play4peace.de, also play4peace.de und da findet ihr alle Informationen und natürlich dann halt auf Twitch einfach nach dem, äh, Hashtag, äh, Ausschau halten, pvp. Und dann gibt's noch, ähm, Kodis Toybahn, das ist auch noch niedlich. Genau, die sind ein Reseller von Kobi, der aus, ein Hersteller aus Polen ist für Glemmor-Scheiß-Heads, äh, natürlich hier in dem Sinne passend, ähm, zum Thema Warfander Militärfahrzeuge. Ähm, und die haben gesagt, pass auf, das wird irgendwie so cool, ich bin auch ehemaliger Soldat. Wir unterstützen das, indem wir die Trinkgeller, die bei dem Einkauf, äh, bei einem Einkauf quasi gegeben werden, und einen Teil der Prozente, die wir quasi, ähm, an Gewinn machen, spenden wir am 31. ebenfalls in den Spendentopf. Genau, also, werdet ihr da hinkauft, ne, tut ja auch wieder was für den guten Zweck. Und ich sag's mal so, ich hab hier noch, ähm, einen Asimforum stehen und eine Talk 2. Ja. Genau, ähm, das Weitere gibt es noch einen Art-Contest, falls ihr da draußen künstlerisch begabt seid, und ich weiß, einige meiner Zuschauer sind dies, äh, könnt ihr daran noch teilnehmen? Genau. Ähm, das ist auch ein Bepreist von Asus, äh, wurde mir übrigens gestern erst, bestätige ich nochmal, ähm, es gibt einen Monitor, nicht irgendeinen Monitor, das könnt ihr auch bald, äh, dann auf Instagram sehen, ähm, sehr, sehr guter Monitor. Und alles, was ihr machen müsst, sind quasi, euch mal auf der Webseite angucken, Art-Contest, was ihr machen müsst, und dann, äh, euch ranhalten, denn es ist ja nicht mehr allzu viel Zeit. Genau. Also bis zum 29 könnt ihr noch um 8 Uhr ein Bild einreichen, diese gehen dann auf dem Instagram-Account von euch, Play4Peace, online, und dann wird quasi gevotet, und der Gewinner bekommt dann den hoffentlich farbechten Bildschirm, weil das ist für Künstler sehr, sehr wichtig. Richtig. So, ja, also, das Ganze, wie gesagt, für den Volksbund, und ich finde, das ist eine tolle Sache, eine Sache, die wirklich sonst komplett unter dem Radar, ähm, schiebt, natürlich sind alle anderen Projekte auch wichtig, aber das hier verdient einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit, wenigstens einmal im Jahr, damit einfach mal ein bisschen was in die Kasse kommt, damit man ein bisschen was machen kann, denn für viele Familien da draußen, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr ganz so schlimm, aber jeder hat irgendwann mal in der Familie irgendwann einen, ähm, Betroffenen gehabt, oder einen Verlust, oder wie auch immer erlitten, und den Menschen kommt das auf jeden Fall zugute, also auch den Nachkommen, und allen weiteren Generationen in der Hoffnung, dass sowas einfach nochmal nie wieder kommt und vermieden wird. Deswegen, schöne Sache, und du bist übrigens auch immer live mal dabei gewesen, ne? Ja, ich falle auch mit, äh, damit ihr seht, wohin das Geld geht, werde ich vermutlich, voraussichtlich, wenn alles glatt läuft, äh, meinen eigenen Kriegsgeberfürsorge Einsatz bekommen, ich bin ja selbst auch Soldat, ähm, und, ähm, wenn das zeitlich alles passt, ähm, werdet ihr dann auch natürlich, ähm, sofort Bilder auf Instagram bekommen, diverse, ähm, diverse, ähm, Videos, ähm, und sehen, wohin das Geld tatsächlich fließt, ein Teil des Geldes, denn, ähm, letztes Jahr hatten wir einmal bei einem ähnlichen Event 7000 Euro eingenommen, und da haben wir quasi das bezahlt, was wir dann letztes Jahr gemacht haben, dieses Jahr hoffen wir auf ein bisschen mehr, mal gucken, ähm, und dann gucken wir mal, was wir euch da bieten können, an Videomaterial, an Fotos und so weiter. Genau. Also, wir haben, äh, über 60 Streamer aus allen Herren der Welt und Ländern der Welt, ähm, schaut vorbei, es gibt tolle Sachen zu gewinnen, wenn ihr darauf Bock habt, äh, von Warsaner, und es gibt halt auch Twitch-Drops, also schaut vorbei, schaut die Streams, auch das hilft, natürlich, und dann gibt es natürlich noch ganz am Schluss als Krone der Schöpfung noch ein Turnier. Richtig, oh ja, ach, die Turniere. Wir haben einen 2 gegen 2 und einen 7 gegen 7, ähm, Asus war halt so freundlich und, äh, hat uns Hardwarepreise für das 2 gegen 2 zur Verfügung gestellt. 7 gegen 7 ist halt schwer zu bepreisen, ähm, gerade wenn man, äh, eigentlich kein Charity-Budget hat als Firma, ähm, nichtsdestotrotz, äh, sind diese Turniere, äh, es gab noch nie so große Turniere, zumindest von den GE-Preisen her, ähm, und auch die Modis sind etwas angepasst, ähm, wir hatten ja mal dieses, dieses, diesen Testlauf mit Battle Buddies, ähm, und da haben wir jetzt quasi nochmal eine Schippe draufgelegt, nochmal verbessert, geguckt, wie das Feedback war, und, äh, das Battle Buddies Destructive Encounter quasi geschaffen, und, ja, ich hoffe, ihr guckt da auch mal rein, denn das sind sehr spannende Gefechte, die dort stattfinden werden. Genau, man muss dazu sagen, äh, Turniere in Warsaner ist auch wieder so ein Ding, was oftmals unter aller, ähm, Radar durchfliegt, und schaut es euch mal an, das ist wirklich spannend, wir haben, äh, zwei große Kanäle, die das einmal auf Englisch machen, und auf Deutsch auf jeden Fall, ich glaub, das gibt's aber auch noch andere Sprachen. Auf Französisch, auf Spanisch, auf Italienisch, auf Russisch. Das Ganze, äh, gehostet von eSportReady, und da einfach mal reinschauen, diese finden immer arm statt, äh, vom 27. bis zum 30. Am 30. ist dann das große Finale, und da schaut einfach mal rein, auch da gibt es natürlich wieder was, äh, zu gewinnen, und, ja, auf jeden Fall sehr viel Freude und Spaß zu verbreiten, und, ja, ich bin natürlich auch Teil davon, das heißt, wir werden auch Warsaner sehen in diesen Tagen, und wir werden für Play4Peace natürlich auch, ähm, Volk sammeln, das Ganze geht natürlich nicht in meine Tasche, sondern alles direkt an den Volksbund, und wir haben quasi nichts davon, außer unseren Spaß und du den Stress. Und ihr bekommt noch eine, äh, Steuerbescheinigung fürs Finanzamt. Genau, das ist in Deutschland ziemlich wichtig, denn ihr könnt das von der Steuer absetzen. So, okay, das war's dann auch schon, ich freue mich auf euch, ich freue mich auf das Event, ich freue mich, ähm, dass der liebe Hauptbitzenfritz das Ganze überhaupt organisieren konnte, und, äh, ja, habt einfach Spaß, ab dem 27. bis zum 31. oder eigentlich bis zum 01.01. um 1 Uhr, ja. Wir feiern dann zusammen quasi rein. Macht's gut, habt Spaß, wir sehen uns im Stream, twitch.tv slash motality. Tschüss! 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 Vielen Dank.